Das ist wirklich alles sehr freundschaftlich. Man kennt sich, man erzählt sich auch private Dinge. Da ist wirklich ein reger Austausch und es freut mich jedes Mal alle wiederzusehen. Und das ist wirklich ein tolles Team, in dem ich mich sehr wohl fühle. Also da würde ich gern beim Franz Kober anfangen, der das letztlich von oben vorgibt, das Miteinander und wie man zusammen umgeht. Und der Franz Kober ist so richtig der klassische altehrwürdige Kaufmann mit Handschlagqualität. Was uns wichtig ist, dass man miteinander kann. Wir bemühen uns auch, den Leuten diesbezüglich Hilfestellung zu geben, dass sie miteinander fair umgehen, dass es eine familiäre Situation gibt, weil man sich in der Familie wohlfühlt und dann eher bereit ist, Leistung zu bringen. Die Firma Kober bietet das ganze Jahr über sehr viele Events an. Jetzt gerade vergangenes Wochenende war unser Saisons Opening. Da haben wir ein Room Escape Game in Wien gemacht und gefolgt von einem Stammtisch im Zentimeter, wo es dann massenhaft an Essen und Trinken gibt. Für unsere Mitarbeiter gibt es ein durchgeplantes Jahr. Es gibt feste Bestandteile. Wir verknüpfen das. Wir versuchen immer das Thema Seminar mit Incentive oder mit Events zu verknüpfen. So motivieren wir unsere Studenten natürlich auch an den Seminaren teilzunehmen. Es dient einmal der Weiterbildung, Fortbildung, aber auch, dass wir uns besser kennenlernen, dass das Miteinander gefestigt wird. Und auch aus dieser Festigung heraus kann man wieder einmal sich weiterbilden, entwickeln und man hat wieder Freude an der Arbeit. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020